Herzlich Willkommen auf meinem kleinen Kanal. Wir fahren heute das Szenario Heavy Metal mit der Baureihe 185.2 auf der Strecke Ruhrsieg Nord. Ich wünsche euch viel Spaß. Der Zug für diese Aufgabe ist mit einer schweren Metalllieferung geladen und muss zum Rangierbahnhof Kreuztal gebracht werden. Das Wetter wird schlechter. Steigen Sie deshalb ein und brechen Sie so schnell wie möglich auf. Ich würde mich über ein Abo und einen Kommentar sehr freuen und aktiviere doch bitte die Glocke. Wir fahren heute mit Sifa und BZB. 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 Zipa, Zipa. Zipa. Zipa, Zipa. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Zug weiter vorne hat Schwierigkeiten. Deshalb werden sie nach Plettenberg umgeleitet, um Beeinträchtigung zu minimieren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Wir erhalten Berichte über Störungen auf der Strecke. Sobald wir mehr wissen, geben wir Bescheid. Wir erhalten Berichte über Störungen. Die Strecke ist blockiert. Deshalb müssen Sie im Regierbahnhof den Endrupp anhalten, bis wir Sie weiter nach Kreuzteil leiten können. Die Strecke ist blockiert. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020